Geht's? Ja, die Senioren-Volkstanzgruppen zeugt euch jetzt drei Wanzerl, das erste ist der Schwedenpolzer, das zweite ist der Rohrbacher-Landler und als dritten haben wir den Katil-Landler. Wir sind relativ große Volkskanzgruppen, aber die Bühne ist verdammtes klein. Jetzt müssen wir ein paar eigentlich zurückstehen und das tun wir alle, weil so nach jedem Tanz wechseln wir halt ein bisschen, dass alle dran kommen. Ich sage euch, habt es ein wenig Spaß gemacht. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.